Jugendmedientage 2011 vom 3. bis 6. November in Stuttgart. 600 junge Medienmacher, 60 Workshops, Diskussionsrunden und Symposien in Print, Film, Audio, Online und Kreativtechniken. Alles dreht sich um das Thema in Echtzeit. Erlerne journalistisches Handwerk und setze deine Ideen um. Sicher dir bis zum 31. Juli eine freie Wahl auf die Workshops und melde dich an unter jugendmedientage.de